Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine weitere tägliche Footmess SPC am Start und zwar bekommt man hier ein Premium Goldspieler Set, also ein 25k Set und die SPC ist echt nicht schwierig zu lösen also mir hat diese Lösung so circa 5000 Münzen gekostet, ich habe einige Erstbesitzer, aber ihr seht es ich habe 84 Chemistry, 72 braucht man, das heißt das geht sich auch ohne Loyalität easy aus und deswegen senden wir das Ganze einfach mal ab und holen uns jetzt also unser 25k Pack ab Leute ihr wisst was ihr zu tun habt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare welchen Spieler ihr gezogen habt aus diesen Packs, also aus diesem Pack beziehungsweise ja was ihr einfach gezogen habt habt ihr Packler gehabt oder eher nicht so, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und dann würde ich sagen drücken wir direkt mal drauf und hoffen natürlich auf einen Leinmannspieler come on und es ist kein Leinmannspieler, verdammt das ist natürlich sehr belastend es ist England Innenverteidiger, das müsste Smallings sein der war in FIFA 17 wesentlich besser als in FIFA 18 Bayi ist ja sozusagen der neue Smalling jetzt und Lanzini haben wir noch drinnen, das ist nicht so schlecht ich weiß nicht ob der noch was kostet, der hat eine Zeit lang wirklich paar tausend Coins gekostet jetzt kostet er leider nichts mehr wie wir hier sehen können und dann auch noch eine Silberkarte, das ist jetzt aber auch nicht so schlecht er könnte auch ein bisschen was kosten ja auf jeden Fall bekommt man hier schon mal Coins raus man kann alle Spieler natürlich auch ein bisschen überteuert verkaufen und von dem her kriegt man da locker wieder die Coins rein, die man ausgegeben hat also da kann eigentlich nicht viel passieren deswegen würde ich euch schon raten, diese SPC einfach mal durchzuführen und ja Freunde, das war es auch schon wieder mit dem kurzen Video falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde es mich natürlich sehr freuen wenn ihr langfristig am Start bleibt und einfach mal ein Abo da lässt und ja Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Tag wir hören uns beim nächsten Mal wieder vergesst nicht, habt immer high hopes bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal